Und Freunde, könntest du empfehlen? Boos, könntest du meine Freunde? Matthias Clemens, der Schiff von Segn Plus vor Ort gegen Tiro. Er meint, er mag die Musik nicht und er kriegt keinen guten Satz raus, er ist kein guter Rapper. Ja gut, diese neue Generation von Rappern, die nur von Patten machen, Party machen, Lien saufen, rappen, das ist natürlich auch nicht cool, man. Matthias Clemens hat schon recht, die Jugend wird damit echt versaut, man. Anstatt mal ein paar gute Werte zu setzen, wie Kollegah mit Fitness oder Mindset machen, dass man Geld verdient, dass man's rausschafft. Nein, lieber nur Party machen und den Körper kaputt machen. Das kann ich gut verstehen. Und Tiro hat dann irgendwie geantwortet mit dem, ja, wir kennen uns nicht mal. Matthias Clemens meinte, er würde ihn irgendwann mal richtig rannehmen auf YouTube und dann richtig ein Verstörungsvideo gönnen auf Segn Plus Video. So muss das verdammt nochmal sein. Wie gesagt, Tiro, diese Kodiensaufende Rapper Generation muss echt nicht sein, Leute. Macht wieder Rap zu Rap. Okay, meine Freunde, ist sowas wie gefunden, boos. Abonnieren, gleich nicht vergessen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.